hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holy lol wir sind ja immer noch im modus dass der tosho seine saison belohnung hier zusammen bekommt und der tosho muss einmal hier noch die körbe spielen und hat hier noch irgendwo dreimal ein modus ein extra modus das machen wir zusammen heute gibt es dreimal körbe dreimal extra modus dreimal spaß vielleicht tosho ich grüße dich wie geht es dir ruhig sicher mich jetzt gut gut das ist richtig und wichtig wenn es euch auch gut geht leute wenn es euch auch gut geht leiten kommentieren abonnieren in die video beschreibung schauen dass man twitter kann verlinkt im item shop mein creator code eingeben holy lol da unterstützt nämlich ein bisschen ihr seht das geht ruckzuck von der hand hier bist du bereit oder bist du etwas rechnen habe ich gehört schon fertig fertig der tosho wollte nämlich ausrechnen wie viel an die du muss am ende bist der deutsch war wollte nämlich ausrechnen wie viele stunden er schon ballon gespielt hat willst du uns die zahl verraten ich bin auch 360 stunden 262 das geht aber noch eigentlich sind zwar nur 161,8 aber also hier wieder aufgerundet ja ja der schlossen wilder typ der rundet hier auf wo es geht das ist wie an der kasse bei bei rewe einmal aufrunden bitte hier ist was los du weil sie allerdings nicht verstehe ist dass ich mit einem agent ein match mehr habe aber dafür weniger aber dafür eine ganze stunde weniger ihr vielleicht habt die da verlängerung dies das anders so wollen wir mal gucken was wir hier reißen können in die körbe körper ist nicht mein modus aber zu zweit ich habe habe tatsächlich noch nie so wirklich geliebt weiß auch gar nicht welchen rang ich hier habe habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet hallo ich will hier runter hier schreibt in die kommentare mögt ihr körbe seid ihr körbe spieler welchen rang habt ihr körbe schade ich hasse körbe man ich mag es auch nicht aber was tut man nicht alles damit der tor schon sein er kommt mich doch nicht du nase was tut man nicht alles damit der tor schon seine punkte hier zusammen bekommt auch schon mal körbe und wenn wir tatsächlich man körbe spiel gewinnen werden dass das das wer will dass das wer will ja und er geht doch ich dachte er schiebt in selber rein ich habe ich habe probleme erstens mein positioning wie ich mich jetzt am besten positioniere als als auch dass ich beide irgendwie hoch genug rein krieg irgendwie ein tor zu schließen ich habe auch irgendwie das gefühl dass der ball irgendwie oh gott anders abbauen dass der ball sich anders bewegt in der luft weißt was ich meine schade an die latte hätte ich jetzt bald gesagt an den regen genau ich kam nicht auswort danke damit bin ich hätte dafür bist du da genau das ist richtig aber es steht immer noch 00 wir schlagen uns gar nicht so schlecht leute ja ich habe aber sicher heute geht ja wenn ich behältst du meinst was die gegner auch schlechte gespannt was von den genannten da passiert nichts der geht an den schade aus der position hätte man vielleicht hier drei punkte will ich machen es gibt es oder ein gibt es in drei punkte das gibt es in football muss ganz fünf und drei drei punkte je nachdem ob du mit ob du im ball rein schießt oder ob du ihn rein schießt wenn du rein gehst gibt glaube ich mehr punkte fünf punkte ja nur ein gs 3 ja ich treffe den ball nicht der ist drin der ist nicht mehr hat die noch man ich bleibe hier die ganze zeit an dem scheiß 0 0 leute das wird ein spannendes spiel mal schauen ob wir ein tor also ist ja richtig lang langweilig das ist spannend spannend taktisch spannend also drin das kannst du noch kein mädchen der ist aber noch drin ja man wir führen torschow macht ihr das so richtige 1 zu 0 drei minuten 34 sekunden den habe ich die kauf kann ich hier ganz gut glaube ich und ich mal besser aber der kick auf ist tatsächlich da wo ich auch schon mal ein tor schieße ich hab diesen leute ich habe noch berührt ich habe noch nicht gereicht da schaut euch an leute da habe ich ihn noch ring und erste hasse wir ihn auch gehabt hätte wir auch schon gewesen einer gut aus man lasst mir doch den ball die höhe gehabt aber die richtung ist falsch 20 sekunden voll schluss ich weiß gar nicht ob ihr das kletterte telefon ich hoffe nicht aber ansonsten wir brauchen aber einfach nur die drei spiele so dass du die punkte kriegst und einfach und schlag bei diesem spiel wir schauen uns den kick auf genau an über den gegner rüber eingeloggt in den korb das will ich jetzt auch das so kann ich glaube ich habe zu weit leider nach links gedrückt rechts von mir aus auch leute lasst mich doch auch mal mit dem ball irgendwas machen jedes mal bin ich jetzt gehen wir hier auch noch in die verlängerung er geht nicht gar nix nix kann er den habe ich den habe ich den habe ich auch zu weit rechts wieder ja der feld rein oder der torschub der torschub genialer körbe spieler und da sagt der torschub auch körbe ist gar nicht so meins ne ich gucke euch das an was er da macht ist einer von dem wenigsten gespielten modus sind die modus hat gegen 1 ja ich bin noch an renkt ich habe gar nichts an der g man gold und an renkt ja gut und dann zweite spiel und danach noch eins und dann ist der tag vorbei und dann ist schon wieder freitag und leute heute ist das dann schreibt man die kommentare ob heute hast da ist weil ihr wisst ja wie wir nehmen die videos immer ein bisschen wird vorher auf damit wir weil wann soll man die aufnehmen donnerstags morgens könnt ihr euch denken so ja ist nicht kurz gepennt kurz kurz bei den stuhl verlassen samt tisch und kontrolle da gelassen ja das passiert das passiert steht ich habe die punkte noch die also die die glanzparaden punkte aber irgendwie noch reingegangen der ball ich glaube ich hätte verwischt oh nein der palter am bringen ab na komm die idee war dass ich ihn noch mal hoch flippe aber leider hat es nicht geklappt wenn der torschung jetzt noch ein einziges mal erzählt ich mag den modus nicht ich kann den modus nicht ne guck dir dann an der profi in dem modus und dann lügt er mich an und sagt ich kann den modus nicht ich kann den modus auch nicht der ist übel scheiße ja jeder die lade und der eine ist sogar der champ liga 3 was denn da los habe mich schon gewundert warum der sich so dreht und auf die ganze zeit ich habe mal den champ mich hinweg geärgert hier ja das ist das erste mal dass ich da er hilft dir nicht jetzt bin ich mit meiner uhr an meinem kabel vom headset hängen geblieben bin ich scheiße die scheiße weil noch die maus runter geschmissen heute ist nicht mein tag das ist wieder im urlaub ja fast gut ich hätte was sagen sollen was hast du denn gesagt nichts deswegen ich hätte was sagen sollen damit du gehst was hat sie denn wieder gemacht man, 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 man nein, der war vor mir knappe spiel warum mich denn grad so so her habt ihr das gesicht war so pixelig ne leute was isst du denn da gerade erst mal guten appetit aber das trinken aber ok finken wir dann nur lurcht oh schade azl die dinge aufs kreuz der bessere ist der gold-dreip speler was ist denn da los der unteres champ und der andere scrollt 3 aber ist auch so was ist oder ja ja der gold 3 spielers wahrscheinlich der zweite account von konsumen grand champ oder so weil der bewegt sich da in der luft nicht wie ein gold 3 spieler und hier und hier er nimmt ihn selber raus ich bin verwirrt dieses spiel macht mich fertig ja könnt ihr mir mal erzählen der ball bewegt sich doch anders oder nicht der fühlt sich anders an so ein bisschen spiel so ein bisschen wie fühlt sich der ball an habe ich das gefühl du bist du mir dazu tausch oder bin ich da aber komisch ist auch weil ich habe ich dir schon erzählt dass er open war ja aber das hilft ja nichts dass das ding ist ja nie oben eigentlich weil man muss ja den ball ist mal oben drüber hüpfen lassen ich könnte fast profi werden in dem modus was sagt ihr ich bin ein bisschen aber nicht mehr viel du ach komm ja mich nicht aber kommen wir nicht an den ball knapp ich weiß ja nicht sollen wir das wollen wir weiße flagge hissen wir hissen wir hissen das war eine rote flagge aber wir haben gehisst du das war die weiße ja weiß ich nicht wir fügen uns zu unserer niederlage wir fügen uns zu unserem schicksal ja aber die waren aber auch schon platin das darf man nicht vergessen die waren schon wirklich sehr gut wir machen jetzt noch das dritte und ihr seid dabei wenn ich mich jetzt hier selbst übertreffe und 47 ich bin ich wäre mit einem tor schon zufrieden wenn ich ein tor mache in dieser runde müsste abonnieren leute ist das ein deal gerne und wenn ich kein tor mache auch einfach auch abonnieren warum heißt blau ne orange heißt so wie orange heißt weil die in den klaren sind ich habe mich nur gewundert warum bei orange nicht orange steht sondern einfach nur lauter einzelnen ach so das ist ja 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 wir haben sich so genannt ja ja wir sind wir sind dann durch mit diesem modus ich glaube selbst dann bin ich noch nicht eingerankt das war wenn ich noch nicht der reich das an wir den wieder macht wie ein profi grand champion körbe der toscher ja genau sagt er es sagt du ja das hätte ich ein tor gemacht da hätte die abonnieren müssen der winkel war blöd schade panik gepanikt habe ich da was ich dich muss ich mich hier einmal quer durch die gegend von a bis z ja so hätte ich es gesagt oh ich krieg ihn nicht hoch und was echt ja ja nee weg da ja perfekt und dann geht er wieder nicht hoch genug ja daran ja der ist zu kurz ich würde sagen eine vorlage für einen like oder ja vorlage muss ein like sein ja das richtig dass eine gute sache dass das gute idee tauschung weil ich eine vorlage hatte müsst ihr jetzt hier habe ich noch berührt ich glaube nicht mal schlecht getroffen richtung warum ich habe dann nicht mit rechts und links bei der skype des frauen links oder oder du hast einfach links rechts schwäche kann ich habe ich habe ich habe alles schwäche alles schwache alles schwachte da gibt es keine ausnahmen schade manche leute haben ja die irgendwas eine stärke durch nicht der kann schwächen ja und ich habe halt nur schwächen abo 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 tor aber ja erwischt ein tor wo ich sag ja wenn ich tor schieße auch gott ja was denn tatsächlich davon hier du meine perspektive sah der haus ja das ich hatte die beste platte ja leute ich weiß dass der ring ist hatte doch schon mir gerade kennt bei mir bleibt das ja das ist halt so ein fußball wie wir sie zerstören wir sind einfach die besten in körper verlassen haben sie eine hat verlassen ja ja beide leute ja nicht nur nicht nur den like für den für die vorlage nein auch noch das abo für das tor und die rage quitten auch noch ist es denn also ein wunderbarer abschluss für dieses video heute und platin 1 liga 2 ich bin tatsächlich ein gerinkt hätte ich nicht erwartet aber stimmt ich hatte mit dem alpha auch schon ein paar spiele gemacht können die besten ja dass das auch mal lustig alpha alpha mann ihr dürfte auch die videos nie verpassen wenn der alpha dabei ist und wir haben gerade 30 fliegen mit einer klappe geschlagen das haben wir gefangen über vorgeschlagen wir haben gerade keine ahnung hier hast du so viel abgeschlossen das ist gut wie viel fehlt dir jetzt noch zu deinen season belohnung mir fehlen jetzt noch ja morgen morgen schaffen wir auch noch ein paar oder eins oder vielleicht auch weiß ich noch nicht gucken wir morgen rein ihr guckt auch morgen rein ich habe ja geschossen er musste ja jetzt abonnieren also brauche ich nichts mehr dazu sagen wünsche euch noch einen schönen donnerstag wir sehen uns morgen freitag wir sehen uns auch morgen freitag und bis dann haut rein tschau tschau